Mit Immenhausen verbinde ich vor allem mein Engagement in der Lungenfachklinik. Dort sitze ich im Verwaltungsrat und konnte einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass endlich der langersehnte Anbau an die Lungenfachklinik kommt. Immenhausen zeigt aber auch, dass neue Mehrheiten möglich sind, sowohl bei der Kommunalwahl im letzten Jahr, als die Koalition von CDU und Bürgerlichen hier eine neue Mehrheit errungen hat, als auch bei der Bürgermeisterwahl, die schon vorher stattgefunden hat, wo Jörg Schützeberg überraschend den Sitz im Rathaussessel errungen hat. Hierzu gratuliere ich ihm natürlich auch immer noch, freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit den Gremien, mit dem Bürgermeister und wünsche ihm hinaus alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.